Hallo liebe Freunde, heute in diesem Audio-Video möchte ich euch motivieren, indem ich das Interview von Dr. Judith Spencer aus dem YouTube-Kanal Rewire Me, ich verlinke das unter diesem Video für euch im Original, übersetze, damit ihr versteht, was ihr aus diesem Interview entnehmen könnt für euch, um Mut zu fassen, um eine Motivation zu bekommen, sich näher mit der Arbeit von Dr. Judith Spencer zu beschäftigen und vielleicht selbst auch anzufangen, die Dinge zu tun, umzusetzen, um aus Traumen, aus physischen oder psychischen Traumen aller Art uns herausholen zu können, mithilfe seiner Arbeit, mithilfe der Meditation, mithilfe seiner Bücher, mithilfe seiner Motivationsreden, mithilfe seiner Workshops, alles, was Dr. Judith Spencer in die Welt trägt, trägt dazu bei, dass die Welt ein besserer Ort wird, dass wir Menschen besser zu uns finden, unsere wahre Größe erkennen, unseren inneren Kern und unsere Seele zum Leuchten bringen und damit auch sehr viel mehr Freude, Dankbarkeit und Liebe und Mitgefühl in die Welt tragen, aber besonders auch für uns selbst empfinden, können, verstärken, aber auch anzünden. Ja, das sind große Worte, aber seitdem ich mir der Arbeit von Dr. Judith Spencer vertraut bin und immer tiefer dort eintauche und das jeden Tag praktiziere, merke ich an mir selbst, was für einen großen, großen Einfluss seine Arbeit auf mein Leben hat. Und diese positiven Einflüsse, die möchte ich mit euch teilen. Also ich möchte mit euch teilen, was mich inspiriert hat, was mich zum Umfühlen gebracht hat und auf welche Weise meine heutige Performance aussieht und in welche Richtung das alles geht. Ich möchte das mit euch teilen, mit den Originalworten von Dr. Judith Spencer, damit ihr euch selbst ein Bild machen könnt, was ihr aus seiner Arbeit da für euch herausnehmen könnt. Seid gespannt, freut euch, es ist ein wunderbarer Fundus an Wissen, Erfahrung und Motivation. Die meisten von uns, denke ich, benötigen einen Aufwachruf und ich bekam ihn 1986. Ich war im Verkehr in Palm Springs inmitten eines Radrennens und ich überholte an einer Ecke zwei Radfahrer und da war ein Polizeiofficer, der mir zuwinkte, dass ich umkehren solle. Und er zeigte auf mich und wollte mir Instruktionen geben, wie ich die beiden Radfahrer überholen sollte. Das Problem war, er hatte den ankommenden Verkehr in seinem Rücken und auf dem Weg zu ihm fuhr ein SUV mit 55 Meilen vorbei und erfasste mich. Ich brach mir sechs Wirbel der Wirbelsäule. Als ich die Röntgenbilder sah, meinte der Arzt zu mir, dass ich eine Operation bräuchte, um die gebrochenen Wirbel zu richten und zu stützen und jeder andere Patient würde dem auch zugestimmt haben. Aber nicht ich. Ich holte mir noch vier weitere Meinungen ein in Südkalifornien und alle sagten das Gleiche. Sie wollten den Rücken aufschneiden und die Wirbel verschrauben und mit Knochenfragmenten aus der Hüfte reparieren. Und mit diesen Aussichten entschied ich mich dagegen und war willig, in das Unbekannte zu treten. Ich lag im Spital mit dem Gesicht nach unten und ich versuchte, Kontakt zu der höheren Intelligenz aufzubauen. Es brauchte eine Zeit und meine Aufmerksamkeit und ich stellte mir unentwegt vor, wie die Wirbelsäule natürlich repariert und geheilt wird. Und ich gab meine Kreation an das Universum ab. Ich ergab mich seiner Führung in die Heilung. Denn diese Intelligenz kann es viel besser, als ich es könnte. Und das Zweite, was ich sagte, war, ich lasse keinen Gedanken mehr durch mein Gewahrsein schlüpfen, der nicht mit meinem Wunsch und meiner Intention, das heißt mit meiner Absicht, übereinstimmt. Das klingt eigentlich leicht, aber wenn du in der Krise und im Trauma steckst, dann richtest du deinen Fokus darauf, was du nicht haben willst, anstelle auf das, was du haben willst oder geschehen lassen willst. Und ich denke, das ist wegen der Stresshormone. Wenn wir im Stress sind, dann verursacht dies, uns das Worst-Case-Szenario unseres Lebens vorzustellen, um vorbereitet für dieses Event zu sein. Denn nichts sonst bietet eine bessere Chance für das Überleben. So, ich konnte meinen Mind nicht dazu bringen, zu tun, was ich wollte. Ich konnte nicht wirklich präsent sein und damit beschäftigt sein, meine Wirbelsäule zu rekreieren. Denn ich dachte daran, wie es sein würde, das Leben im Rollstuhl zu verbringen. Ich dachte an mein Zuhause und das alles startete und startete immer wieder neu. Und für sechs Wochen lang ging ich durch die dunkle Nacht der Seele. Aber am Ende dieser sechs Wochen bemerkte ich plötzlich, dass Dinge leichter wurden. Und es kostete mich drei Stunden am Tag, was ich nun in der Meditation in 45 Minuten schaffte. Ich feuerte und verknüpfte neue Neuropfadwege, ein neues Selbst. Das Konzept der Nervenverknüpfung bedeutet, Schaltkreise im Gehirn zu bilden, neue Verbindungen und immer wieder die neuen Verbindungen zu besuchen. Das heißt, neu zu bespielen, gedanklich und auch emotional. Damit erzeugst du ein neues Level von Mind. So, in der Zeit verknüpfte ich mich neu. Ich kreierte ein neues Level von Mind und befeuerte und verknüpfte es so oft, dass das Hardware-Netzwerk zum Softwareprogramm wurde. Und dann wurde es einfacher. Und ich begann ab diesem Punkt tatsächlich, signifikante Unterschiede zu entdecken. In meinem Körper, in Bezug auf Taubheit, in Bezug auf Schmerzlevel oder in Bezug auf motorische Funktionen. Und in dem Moment, wo ich in der Lage war, diese Dinge in Beziehung zueinander zu setzen, dass diese Veränderungen in mir stattfanden, dass diese Effekte in mir erzeugt wurden, anstelle es mit Frustration und Ungeduld und Depression zu machen, war ich aufgeregt, voller Freude und inspiriert und schaute in dieser Art auf die ganze Sache. Und das war, wo mein Körper wirklich mit der Veränderung begann. Ich wusste in diesem Moment, dass ich heilte. Und so im Grunde sagte ich zu der Intelligenz, welche uns das Leben gibt, welche ein Bewusstsein ist, ein Gewahrsein und uns Achtsamkeit schenkt. Falls ich jemals wieder in der Lage bin, zu laufen, dann mache ich einen Handel mit dir. Jetzt gleich. Ich will für den Rest meines Lebens die Körper-Geist-Verbindung studieren, den Mind über die Materie. Und so ist das, was ich im Prinzip seitdem tue. Was ist der Placebo-Effekt? Ich denke, um durch Gedanken allein zu heilen, müssen wir den Prozess entmystifizieren. So, lass uns diese Frage auf zwei Leveln beantworten, ja? Lass uns im Term das Placebo antworten und dann lass uns antworten in dem, was wir Menschen zeigen können in dieser Richtung. Okay? Wenn du über das Placebo nachdenkst, wie kannst du einem Menschen eine Zuckerpille geben oder eine vorgetäuschte Injektion oder irgendeine Form von falscher Operation, ein gewisser Prozentsatz dieser Menschen akzeptiert, glaubt und ergibt sich in den Gedanken, dass sie die richtige Substanz, das Behandlungsmittel, bekommen. Ohne jegliche Analyse beginnen sie sich darauf zu programmieren, ihr autonomes Nervensystem, ihre eigenen Heilmittel zu produzieren, welche exakt für ihre Beschwerden gemacht sind. War es nun die Substanz, die sie geheilt hat? Oder war es der Gedanke? Da sind zahllose Fälle, die dies immer wieder zeigen in der Wissenschaft. In sogenannten Doppelblind-Studien, die zeigen, dass wir durch Gedanken allein heilen. Zu jeder Zeit. Hier ist die Frage, brauchst du diese Substanz, um die Heilung durchzuführen? Oder verstehst du die wissenschaftlichen Mechaniken, die zeigen, wie das Placebo funktioniert? Kannst du den Menschen zeigen, anstelle, dass sie ihren Glauben und ihr Schicksal in eine Substanz geben, außerhalb von ihnen, wie so einer Pille, etwas Unbekanntes? Könnten sie nicht einfach an sich selbst glauben? Und damit beginnen, etwas Unbekanntes im Quantenfeld zu wählen? Eine neue Möglichkeit, die als Potenzial existiert? Und dabei die exakt gleichen Dinge tun, wie mit dem Placebo? Nur eben an die Zukunft glauben und den Körper erlauben, damit zu beginnen, auf einen neuen Mind zu antworten? Und diese Antwort auf diese Frage ist Ja. Denn wir haben es oft genug gemessen in unseren Studien mit dem Gehirn. Das ist Punkt 1. Der zweite Punkt ist wichtig zu verstehen, dass Menschen nur solchen Glauben akzeptieren und sich ihm ergeben und auch den Gedanken, die gleich sind mit ihrem persönlichen emotionalen Status. Wir akzeptieren niemals, glauben und ergeben uns niemals irgendwelchen anderen Gedanken, die nicht mit unserem emotionalen Zustand übereinstimmen. Wenn du eine Diagnose bekommst und die erste Emotion, die du fühlst bei der Diagnose, ist Angst oder Traurigkeit, kannst du so viel positiv denken, wie du willst, mit den 5% des bewussten Verstandes. Aber wer du bist in der Zeit, wenn du 35 Jahre alt bist, ist das unbewusste Programm, voller Glauben, voller Vorstellungen und Verhaltensmuster, voller emotionaler Reaktionen und unbewusster Verhaltensweisen und Verhalten. Wenn die Person diese Diagnose bekommt und Angst fühlt, der Gedanke ist die Sprache des Gehirns und das Gefühl ist die Sprache des Körpers. Sie denken positiv mit 5% des bewussten Verstandes, aber sie fühlen Angst. Und wenn sie das all die Zeit tun, geht es niemals hinter den analytischen Verstand. Um einen Effekt auf Mind und Körper zu haben, Mind und Körper arbeiten auf diese Weise in entgegengesetzter Richtung. Das bedeutet auch, dass wenn du des Persons emotionalen Zustand ändern kannst, hin zu Dankbarkeit, hin zu Inspiration und Hoffnung, hin zu Liebe. Das bedeutet zu akzeptieren, zu glauben und sich dem hinzugeben, dem Gedanken, die dem neuen emotionalen Zustand entsprechen. Jene beginnen damit, ihr autonomes Nervensystem zu programmieren, hin zu anderen pharmazeutischen Chemikalien. Denn das ist sehr klar. In Placebo-Studien 81% der Menschen, die an Depressionen litten und ein Placebo nahmen, reagierten ebenso gut auf das Placebo wie auf die Einnahme eines echten Antidepressiva. Was das bedeutet ist, sie kreieren ihre eigenen chemischen Heilmittel von Antidepressiva in ihnen. Und unser Nervensystem ist die größte Apotheke in der Welt, kann man so sagen. Was ist die Signifikanz daraus? Es ist sehr einfach. Wenn Menschen damit anfangen, ihren emotionalen Status zu ändern, beginnen sie auch damit, sich zu ändern, wer sie sind. Es sind mehr als ein Anlauf nötig. Das zeigt die Placebo-Studie. Sie nahmen das Placebo sechs bis acht Wochen. Und die Pille repräsentiert die Möglichkeit, dass es besser wird. Den Gedanken, dass es ihnen hilft. Wenn sie weiterschauen und erwarten, dass es ihnen besser geht und sie dadurch inspiriert werden und diese klare Absicht mit einer erhöhten Emotion kombinieren, dann bewegen sie sich in einen neuen Seinszustand. Das bedeutet, Körper und Gehirn leben nicht länger in der Vergangenheit. Sie leben in der Zukunft und im gegenwärtigen Moment produzieren sie substanzielle, neurologische und biologische, genetische Veränderungen in ihren Körpern. Aber die Placebo-Studie für Depressionen, die Person nahm die Pille für sechs bis acht Wochen. Du müsstest die Veränderung des Seinszustandes vollzogen haben für mindestens sechs bis acht Wochen, bevor du die Veränderungen bemerkst. Ich will nicht, dass man glaubt, man muss es nur einmal tun, damit es einem besser geht. Unsere Studien basieren auf sehr signifikantem, meist prägenetisch bedingten Forschungen von Konditionen, für die es bisher keine Lösung gab. Nicht nur mit einem Student oder einer Kondition, sondern auch mit anderen Partizipanten mit den gleichen Konditionen. Nun sehen wir einen Trend, aber es braucht bei manchen Menschen bis zu zwei Jahren, dies umzusetzen, durch den Gedanken allein. Sie wollten es aber mehr als ihren Schlaf. Sie wollten es auch mehr als ihren Schmerz. Sie wollten es mehr als ihre sozialen Interaktionen oder ihre sozialen Verbindungen. Sie wollten es auch mehr als ihr Frühstück. Für sie war es das Allerwichtigste geworden. Jeden einzelnen Tag nahmen sie das Placebo durch ihre Gedanken allein. Und während sie dies tun, über die Zeit verändern sie ihre Kämpfe um sich herum. Es braucht die Entwicklung einer neuen Fähigkeit. Es braucht das Verständnis der Wissenschaft dahinter und wie es funktioniert. Es braucht eine Veränderung des Glaubens oder der Erwartung, die du hast über dich selbst und dein Leben. Und es wird sich etwas ungemütlich anfühlen, wenn du daran arbeitest. Doch um zu heilen durch den Gedanken allein bedeutet, du musst zu dem Punkt gehen, wo du buchstäblich der Gedanke allein bist. Das ist es, wenn du damit anfängst, signifikante Veränderungen zu bemerken. Was ist der Unterschied zwischen der Gruppe, die zwei Jahre brauchte und der Gruppe, die sechs bis acht Wochen benötigte, um die ersten Veränderungen zu bemerken? Woran liegt es, dass manche Menschen eine sehr viel längere Zeit benötigen? Es gibt keine Theorie oder wissenschaftlichen Beweis, der sagt, dass du in 21 Tagen dich veränderst. Da gibt es einfach zu viele Variablen. Zum Beispiel, wir haben Menschen in unserer Arbeit, die wurden physisch gequält als Kind. Wir haben Menschen, denen wurde sexuelle Gewalt angetan als junge Erwachsene. Wir haben Menschen, die haben Traumen erlebt in deren Leben, schockierende Events, welche sie neurologisch brandmarkten und auch emotional. Wir haben Menschen, die haben einen so niedrigen Level von emotionalem Status, dass es mehr Aufmerksamkeit und mehr Zutun erfordert. Es sind also zu viele Variablen in der persönlichen Aufmerksamkeitsspanne, wie sie sie tatsächlich für ihren Tag beiseite legen, um ihre Fähigkeiten zu fördern, damit sie in der Lage sind, alles umzusetzen und zu beginnen, ihren Mind zu kontrollieren. Da sind also viele Variablen, aber was wir bemerken, ist eine Community von Menschen, die in der Lage sind, damit anzufangen, es umzusetzen, in einer kontinuierlichen Art und Weise. Es ist schwer für uns zu sagen, was der exakte Rahmen sein sollte, weil deine Persönlichkeit kreiert deine eigene Realität, stimmt's? Und deine Persönlichkeit ist dadurch entstanden, wie du denkst, wie du agierst und wie du fühlst. Wenn also eine Person damit beginnt, ihre Gedanken, ihr Verhalten und ihre Gefühle zu verändern, ändert sie ihre Persönlichkeit. Doch je mehr sie zurückkehrt in ihre alten Gedanken, Verhaltens- und Gefühlsmuster, desto eher kehrt sie zurück in die alte, selbe Persönlichkeit. Wir wissen, dass, und so, wenn wir Menschen dazu bringen, sich von ihrem Leben etwas zu entfernen, zu erholen, für eine Zeit lang, und wenn sie ihr Leben vergessen und auch ihre Persönlichkeit, dann sind sie in der Lage, mehr signifikante Veränderungen zu erzeugen. Ich denke nicht, dass es eine direkte Korrelation zwischen Zeit und Veränderung gibt. In meinem Buch »Breche mit deinen Gewohnheiten« sage ich, um etwas in unserem Leben zu verändern, müssen wir die Energie um uns und in uns verändern. Ja, was meine ich damit? Das ist nämlich eine fabelhafte Phrase. Denn ich glaube, dass wenn du deine Energie änderst, dann änderst du dein Leben. Nun, lass uns den Prozess demystifizieren. Denn für den größten Teil ist unser Gehirn dazu da, alles zu reflektieren in unserem Leben. Das Gehirn ist ein Mitschnitt unserer Vergangenheit. Es ist ein Artefakt von allem, was wir bisher gelernt und erfahren haben. Gefühle und Emotionen sind die Endprodukte unserer vergangenen Erfahrungen. Du kannst Erfahrungen besser erinnern, denn du weißt, wie sie sich angefühlt haben. Wenn du jeden Tag das Gleiche fühlst, das bedeutet eigentlich nur, dass nichts Neues in deinem Leben passiert. Und weil diese Gefühle bestimmte Gedanken produzieren und Emotionen der Mitschnitt aus der Vergangenheit sind, denken die meisten Menschen buchstäblich die Vergangenheit. So, ihre Biologie ist buchstäblich in der Vergangenheit verwurzelt. Du kannst keine neue Zukunft kreieren, wenn dein Körper und Gehirn in der Vergangenheit stecken. So, die meisten Menschen definieren sich selbst auf der Basis eines Narrativs oder einer Geschichte aus der Vergangenheit. Ich bin diese Person, ich habe diese Dinge getan, ich lebte an diesen Orten, ich besitze diese Dinge, ich kenne diese Leute. Und du sagst, oh, ich kenne diese Leute auch, ich kenne diese Orte auch, ich habe Ähnliches getan. Und wenn ich ähnliche Erfahrungen gemacht habe, dann teilt ihr beide ähnliche Emotionen. Und wenn ihr ähnliche Emotionen teilt, dann habt ihr eine ähnliche Energie. So, fangen wir an, energetische Bündnisse mit Orten, Menschen und Dingen in unserem Leben zu verknüpfen. Und das Problem ist, dass 70% der Zeit die meisten Menschen in den Hormonen von Stress leben. Und Stress heißt, dass Gehirn und Körper aus der Balance geraten sind. Und die Emotionen von Stress sind Ärger, Aggression, Frustration, Hass, Verurteilung, Neid, Eifersucht, Angst, Furcht, Sorge, Depression, Schuld, Scham, Unwürdigkeit, Hoffnungslosigkeit. Und sie alle sind durch die Hormone von Stress entstanden. Die Psychologie nennt sie den normalen Status des Bewusstseins. Sie untergraben den Status des Bewusstseins. Sie sind alle vielleicht gut für kurze Zeit, aber niemals langfristig. Das Problem mit den Hormonen von Stress ist, dass sie einen starken Rausch von Chemikalien erzeugen, die dem Körper einen Rausch von Energie geben, sodass wir die Menschen die Probleme und die Umstände in unserem Leben dazu benutzen, um unsere Abhängigkeit nach diesen Chemikalien Rausch zu bekräftigen. So benutzen wir unseren besten Freund, um unsere Abhängigkeit nach Leiden zu bekräftigen. Wir benutzen unseren Boss, um unsere Sucht nach Verurteilung zu bekräftigen, zu verstärken, zu unterstützen. Wir benutzen unseren Feind, um unsere Sucht nach Hassen zu erneuern. Und wir benutzen Facebook zum Beispiel, um unsere Sucht nach Unzufriedenheit zu verstärken und Unsicherheit. Wir tun dies nicht bewusst, aber wir verwenden diese Dinge in unserem externen Leben und wir beginnen, energetische Bindungen zu knüpfen, die jenseits von Raum und Zeit existieren, in der Art, wie zwei Atome von Sauerstoff ihre Information teilen, ihre Energie und ihre Elektronen. Wir tun exakt das Gleiche in unserem Leben, sodass jede Person, jedes Ding, jeder Ort, den du in deinem Leben erfahren hast, zu denen hast du eine Emotion, die in Korrelation zu diesen Dingen im Außen steht und dies ist eine energetische Signatur, die mit deiner Umgebung interagiert. Wir wissen auch, dass wenn Menschen in diese Muster treten, ihre Geschichte erzählen über ihre Vergangenheit in der Form, dass sie so sind, wie sie sind, weil sie dies und jenes in der Vergangenheit erlebt haben, dann wissen wir, wenn wir eine klare Absicht setzen, Anstelle durch eine Vergangenheitserinnerung definiert zu werden, können wir uns durch eine Vision der Zukunft neu definieren. Und wir haben ja gerade 15 Minuten zuvor über Visionen gesprochen und ich sah, wie deine Energie sich änderte und du warst begeistert. Der Moment, wo du dieses Potenzial ausgesucht hast und damit begonnen hast, über deinen Traum zu reden, über das, was sich in deiner Zukunft ereignen wird, in dem Moment kannst du nicht länger in den Emotionen des Überlebens leben. Du beginnst damit, Freude, Inspiration und Dankbarkeit zu fühlen und optimistisch zu sein. Und wenn du die klare Absicht mit diesen erhöhten Emotionen kombinierst, dann nimmst du buchstäblich deine Biologie aus der Vergangenheit heraus und nun lebst du in dieser Zukunft, mit deiner Biologie in diesem Moment. Das bedeutet, die Effekte sind, dass du damit beginnst, dein Gehirn zu verändern, dass es mehr von dem erfährt, was gerade eingetreten ist. Diese erhöhten Emotionen senden Signale zu neuen Genen, die Proteine kreieren, die deinen Körper reparieren für dieses Event. Nun lebst du nicht länger in der Vergangenheit. Du lebst in dieser Zukunftsrealität, in diesem Moment. Unsere Forschung zeigt, immer und immer wieder, und wir haben sieben Event-Workshops, wo wir diese Dinge messen, die Veränderung in den Menschen. Wenn du diese Hormone von Stress lebst, dann ziehst du Energie aus deinem unsichtbaren Energiefeld, welches dich umgibt, ab und verwandelst sie in Chemie. Egal, ob du ärgerlich, frustriert oder im Kampfmodus bist, oder dich schuldig oder schamvoll fühlst, oder du ein Steak verdaust, oder du übersexuell aktiv bist, du ziehst Energie aus deinem Feld und wandelst sie in Chemie um. Dies sind die Überlebenszentren. Und Menschen beginnen, ihr Herz zu öffnen, und die Emotionen von Dankbarkeit und von Fürsorge, von Mitgefühl, Freundlichkeit, Freude und Liebe zu fühlen. Wenn du Menschen zeigst, wie sie in diese kreativen Zentren hineingehen und sie öffnen können, und sie beginnen, Energie zu kreieren, dann ist das Feld um ihren Körper, nun, und das ist die Wissenschaft, das magnetische Feld um ihren Körper kann neun Meter weit reichen. Nun sind sie mehr Energie und weniger Materie. Sie sind mehr eine Welle und weniger Partikel. Das ist das magnetische Feld. Aber was fördert dieses magnetische Feld? Mit anderen Worten, alle Frequenzen transportieren Informationen, Radiowellen transportieren Informationen, Dein Mobilfon transportiert Informationen. Alle Frequenzen transportieren Informationen. So, nun hast du eine Person, die ist herzzentriert, und sie sendet ein magnetisches Signal. Das Transportmittel davon ist Magnetismus, aber die Absicht ist die Information. So, nun, Gedanken sind die elektrische Ladung im Quantenfeld, und Gefühle sind die magnetische Ladung. Wenn du also eine klare Absicht mit einer erhöhten Emotion kombinierst, dann sendest du eine neue elektromagnetische Energie ins Feld. Und was immer du ins Feld aussendest, ist dein Experiment mit dem Schicksal. Es ist nicht genug, es einmal anzuwenden. Es sollte dir so vertraut werden, dass deine Energie insgesamt mit deiner Zukunft verknüpft wird und dein Körper von diesem Event angezogen wird. Und wir wissen nun, dass wenn wir dies immer und immer wieder tun, dass die klare Absicht und die erhöhte Emotion damit beginnen, einen Effekt an der Materie zu erzeugen. Das ist, was ich an deiner Arbeit so liebe, Joe. Es fühlt sich so richtig an, und es ist wahr, und du hast absolut recht, und du bist weise. Und es ist eigentlich leicht, wenn du es einmal wirklich verstanden hast. Und Dr. Joe sagt, Ja, hier ist ein großartiges Beispiel dafür. Ich fuhr hierher, und ich musste mit jemandem telefonieren, und ich schreibe einen Blog über dieses Projekt, welches wir angehen wollen gegen Ende des Jahres mit unseren Studenten. Ein globales, kohärentes Projekt, um die Energie zu heben über den gesamten Planeten. Und ob dies möglich ist. Und er hatte Schwierigkeiten, damit Kohärenz zu verstehen. Und ich sagte, Erik, stell dir vor, du wirfst einen Kieselstein ins Wasser, und wenn Menschen in der Lage sind, herzzentriert zu sein und dort zu verweilen, je länger sie darin verweilen, desto mehr Wellen werden geformt und werden ausgesendet. Wenn du nur eine Sekunde herzzentriert bist, erzeugst du nur eine Welle, und das Feld wird uneinheitlich. Aber wenn du in der Lage bist, diesen Status zu halten, und du wirfst Stein um Stein ins Wasser, und du bist in der Lage, in dieser Herzkohärenz zu bleiben, dann bekommst du eine große Welle, die kommt und du kannst sie sehen. Aber das ist die Welle. Doch was ist die Information, die transportiert wird? Deine Absicht. So, wenn deine Absicht ist, wenn du in Herzkohärenz bist, dann kannst du eben nicht eifersüchtig sein. Das ist unmöglich. Das ist das Zentrum der Selbstlosigkeit. Du willst teilhaben. Du willst geben. Du willst einen Unterschied machen. Und so haben wir unsere Forschung betrieben. Als wir 550 Menschen in einem Raum hatten, dabei waren 40 bis 50 Menschen ganz vorne in der ersten Reihe. Sie trugen ein Herz-Hirn-Kohärenz-Monitor. Und nun, wenn du frustriert bist, wenn du ungeduldig bist, dann ist dein Herzschlag unregelmäßig, als wenn du in Liebe und in Dankbarkeit bist. So, du hast 500 Leute in der Erinnerung, sich zu herzzentrieren, eine erhöhte Emotion zu kultivieren, ihre Aufmerksamkeit auf das Herzzentrum zu richten, und eine Signatur in das Feld zu senden. Die Signatur von Liebe. Mit der Absicht für das größte Gute für die Menschen, die in der ersten Reihe sitzen, welche die Herzraten-Variabilitätsmonitoren trugen. Und in der exakt gleichen Zeit, am exakt gleichen Tag, in der exakt gleichen Meditation, 90% dieser Leute in einer Sekunde kamen in die Herz-Kohärenz. Das ist etwas, was passiert, als ein nicht-lokales Phänomen. Das passiert nicht einfach so. Da ist etwas eingetreten. Das magnetische Feld ist die Energie. Und die Absicht ist, das Beste für die Menschen in der ersten Reihe zu wünschen. Lass uns das mal skalieren, in einer viel größeren Dimension. Was, wenn du Tausende von Menschen hast, die das Gleiche tun, für Menschen in Syrien oder Menschen in Irak, für Menschen, die im Sudan leiden. Was, wenn eine sehr spezifische Absicht hinter einer herzzentrierten Emotion gesendet wird. Welche Art von Effekt könnten wir beginnen, global zu sehen? Und ich denke, das ist es, wo wir hingehen werden. Und dies ist das Ende des Interviews. Und ich möchte noch bemerken, dass dieses Interview bereits acht Jahre alt ist und dass inzwischen eine weltumspannende Bewegung ins Leben gerufen wurde. Genau dieses, diese weltumspannende Herzkohärenzbewegung. Und wenn dich das interessiert, ich werde unter dem Audio-Video hier noch die App verlinken, bei der man sich an diesem Experiment beteiligen kann. Es wird immer wieder Termine geben, wo dann Menschen zur gleichen Zeit in Herzkohärenz gehen. Über die App gesteuert, dass alle zur gleichen Zeit diese Herzkohärenz herstellen. Und dann wird gemessen, wie das die Energie des ganzen Planeten anhebt. Es ist eine fantastische Sache. Und es heilt nicht nur uns Menschen, sondern alles, was ist.